Wir müssen an dieser Stelle einfach auch mal Danke sagen, den fantastischen Organisatoren hier von Volk im Schloss, müssen wir mal an der Stelle sagen, großen Applaus, besonders auf die Beine zu stellen, großteils mit ehrenamtlichen Helfern, Schapülchen, möchte ich da sagen. Das war der wirklich unfassbar nett, das muss man sagen. Es ist selten, dass beim Festival wirklich jeder Mitarbeiter nett ist, aber bisher, also von den Leuten heute Morgen, die völlig verschlafen, uns aus dem Bett gezogen haben. Das war unsere Managerin. Achso, richtig. Aber nee, es ist wirklich, es ist das Schöne bei diesen gemütlichen Festivals, man ist so, es ist so eine familiäre Atmosphäre. Fast so wie bei uns in der Welt. Oh Gott. Ja, zwölf Jahre, das macht's. Aber halt auch dann doch mehr so Patchwork. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen. Ich fand das schön, ich dachte, das war ein gutes Schlusswort. Ja, aber das ist Thomas. Thomas ist der Einzige, der hier nicht ganz dazu gehört, der kommt eigentlich aus Schweden. Thomas ist noch der Einzige, der, also das hier ist, das hier, das ist normalerweise in Indien, da kann jeder von uns sagen, was er genau auf der Bühne hören will. Für Thomas ist halt nur so ein Übersetzungsprogramm. Da steht hier unser Toolmanager. Saki, großen Applaus. Saki kann sich leider nur ein 486er leisten, falls niemand weiß, was das ist. Wer weiß, was ein 486er ist? Ja, willkommen, ihr seid genauso alt wie wir. Wer weiß, was eine Turbo-Taste ist? Und wer weiß, wofür man sie brauchte? Das ist noch ihre Einzige. Bei wem hat sie nicht funktioniert? Nie? Wenn man diese komischen Bikini-Bilder, weißt du, die sich so ganz langsam hat. Dafür war die Turbo-Taste aber nicht da. Achso. So, soviel zu Opa erzählt vom Krieg. Jetzt weiter mit Musik. So, soviel zu Opa erzählt vom Krieg. So, soviel zu Opa erzählt vom Krieg. So, soviel zu Opa erzählt vom Krieg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020